Tja, Berlin, eine inspirierende Metropole, nicht nur heute, sondern auch in der Vergangenheit. Im Jahr 1929 beispielsweise stand an die Neugestaltung des Berliner Alexanderplatzes. Im Februar 1929 wurde ein Architekturwettbewerb ausgelobt, in dessen Ergebnis der Platz umgestaltet wurde, in dessen Ergebnis das Alexanderhaus und das Berolina-Haus entstanden. Denn ausgelobt im Februar 1929, zu dieser Zeit, saß Alfred Döblin, der Schriftsteller, an seinem neuen Roman, der eben den Titel Berlin Alexanderplatz tragen sollte. Mehr über den dann folgenden Welterfolg im Kalenderblatt. Ich kenne den Berliner Osten seit Jahrzehnten, weil ich hier aufgewachsen bin, zur Schule ging, später auch hier meine Praxis begann. Während ich früher sehr viel von der Fantasie hielt, und zwar von einer möglichst schrankenlosen Fantasie, wurde im letzten Jahrzehnt der Blick eigentlich mehr für die Aufmerksamkeit, für meine eigene Umgebung und für die Landschaft, in der ich mich bewegte, den Berliner Osten geschärft. Alfred Döblin Der Schriftsteller und Psychiater spricht über die Motive, die ihn treiben, Berlin Alexanderplatz zu schreiben, und ergo über den Berliner Osten. Denn Hier sah ich nun einen interessanten und so überaus wahren und noch nicht ausgeschriebenen Schlag von Menschen. Das Ausschreiben dieses Menschenschlags macht sich jetzt Döblin zur Aufgabe. Rum, rum, wuchtet vor Aschinger auf dem Alex die Dampframme. Eisige Luft. Februar. Die Menschen gehen in Mänteln. Wer einen Pelz hat, trägt ihn. Wer keinen hat, trägt keinen. Die Penner haben sich vor der Kälte verkrochen. Wenn es warm ist, stecken sie wieder ihre Nasen raus. Inzwischen süffeln sie doppelte Ration Schnaps. Aber was für welchen. Man möchte nicht als Leiche darin schwimmen. 1927 setzt sich Döblin an seinen neuen Roman. Aus seiner Sicht betritt er durchaus ungewöhnliches Terrain. Bis dato schreibt der Schriftsteller Von China, vom Dreißigjährigen Krieg und Wallenstein und zuletzt gar von einem mythischen und mystischen Indien. Man setzte mir zu. Ich hatte nicht absichtlich Berlin den Rücken gekehrt. Es kam nur so. Es ließ sich so besser fabulieren. Nun denn, ich konnte auch anders. Ich hatte keinen besonderen Stoff und schrieb wie immer ohne Plan, ohne Richtlinien darauf los. Zwei Helden rückt Döblin in den Mittelpunkt seines Werks. Die Großstadt mit ihrem Rhythmus sowie Franz Biberkopf, der sich in dieser Großstadt zu behaupten versucht. Gesessen hat. Wegen Totschlags. Seine Geschichte umreißt Döblin mit den Worten. Da geht denn also in dem Buch Berlin Alexanderplatz Franz Biberkopf aus dem Gefängnis. Er ist von Natur gut, was man so nennt. Und obendrein ist er ein gebranntes Kind und fürchtet das Feuer. Und wie er in die Welt geht? Siehe da, er will anständig sein. Er will die Gesetze dieser Welt, wie er sie sich denkt, ehrlich und treu ausführen. Und es geht nicht. Es geht nicht. Schlag um Schlag fällt auf ihn nieder und erledigt den Mann. Für dublinsche Verhältnisse gerät das Werk zu einem Bestseller. Zehntausende Exemplare setzt der Schriftsteller allein in Deutschland ab. Das Ausland zeigt sich interessiert. Der namhafte Kritiker Herbert Jering möchte ihn am liebsten mit dem Literaturnobelpreis dekorieren. Eine Hörspielfassung entsteht, die allerdings mit jahrzehntelanger Verzögerung gesendet wird und 1931 ein Spielfilm. Döblin wirkt am Drehbuch mit. Der Haken an diesem Erfolg, hinter diesem Opus Magnum verdampft alles, was der Schriftsteller davor geschrieben hat und danach noch schreiben wird.